Aber was ich da ausgerechnet habe, seht ihr jetzt. Jo Freunde, was geht? Heute mal wieder mit einem neuen Video in alter Frische. Und ja, heute kommen wir mal zu einem ganz besonderen Video. Und zwar, ich habe schon ein bisschen länger überlegt, so ein Video zu machen. Und zwar, was habe ich bis jetzt mit YouTube in den zwei Jahren verdient? Ich kann euch nur eins sagen, Freunde, es ist wirklich eine absolut kranke Summe, was ich mit YouTube bis jetzt verdient habe. Wenn es euch gefällt, lasst super gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann babble ich auch gar nicht mehr großartig drum rum. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Fangen wir auch ganz von vorne an, und zwar hier auf meinem Kanal, wenn man mein allererstes Video anklickt. Das hier ist mein allererstes Video, was ich auf diesem Kanal jemals hochgeladen habe. Und da könnt ihr auch ganz entspannt sehen, es wurde am 6.04.2020 hochgeladen. Das ist der Zeitpunkt, wo ich wieder mit YouTube angefangen habe. Leute, was kann ich euch noch sagen? Wenn ich mir diese Klicks angucke, es ist einfach Mashallah. Und damals noch unter 200 Abonnenten gewesen. Hier habe ich meine 200 Abonnenten erreicht. Und wenn ich mir diese Klicks angucke, einfach Liebe geht raus. Aber Freunde, das soll natürlich nicht das Thema sein. Wir gehen auf die erste Tipi-Stream-Seite. An erster Stelle gehen erstmal Grüße raus an Lord Venom, der hier sein VIP verlängert hat vor 2 Stunden. Und somit auch im zweiten Monat VIP ist. Grüße gehen raus an dich, Venom. Aber Freunde, fangen wir hier ganz oben an. Im Jahre 2020 habe ich 6 Donations bekommen und damit 11 Euro gemacht. Gehen wir rein in das Jahr 2021 und ihr seht schon, da hat sich einiges verändert. Da haben wir 105 Donations bekommen und damit 3.248 und 36 Cent gemacht. Jetzt wird es auch nochmal ganz interessant und zwar das Jahr 2022, Freunde. Da haben wir zur Zeit 60 Leute, die gespendet haben und damit 1.057 und 48 Cent gemacht. Dazu stehen jetzt hier auch noch rechts die Superset-Spenden. 77 Leute haben über Superset gespendet. 586,90 kam dabei zustande. Aber das Ganze verstehe ich noch nicht so, warum das hier auch auf Tipi-Stream zu sehen ist. Zu den YouTube-Analytics kommen wir auch gleich noch, weil da stehen ja an sich auch die Superset-Spenden. Und was ich halt mit den VIPs verdient habe. Ja, ich denke mal, hier unten wird jetzt so nichts mehr Interessantes stehen. Ich denke mal, das brauchen wir alles jetzt hier nicht zusammenrechnen, weil ich denke mal, das ist ja alles mit dem hier oben, mit den Donations halt, mit verbunden. Also ich kann euch eins sagen, Leute, ich habe nicht so viel Ahnung, wie das alles zusammengerechnet wird, weil da stehen Zahlen, da steht Zahlen, da über Tipi-Stream. So, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, und ich denke mal, dass dieser Umsatz hier, die 1759 und 85 Cent, das sind ja die YouTube-Einnahmen. Das heißt, diese 1700 habe ich ja dann durch VIPs, durch Superset und durch Werbung gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also ich blicke da echt wirklich nicht durch. Also ihr seht es schon, es sind wirklich verdammt hohe Summen, die ich bis jetzt mit YouTube verdient habe. Also das ist wirklich abnormal crazy. Also da fehlen mir echt die Worte, wenn ich diese ganzen Summen hier sehe. Aber Leute, wie habe ich das Ganze ausgerechnet? Ich gehe davon aus, dass man halt das alles, was jetzt hier über Tipi-Stream ist, das heißt ab 2020 diese 11 Euro, 2021 diese Summe hier und 2022 diese Summe. Das ist ja das, was alles über Tipi-Stream reingekommen ist. Das heißt, diese drei Zahlen hier, ne, ab 2020 diese Summe und diese Summe muss ich ja dann plus diese Summe rechnen, weil das sind ja dann die YouTube-Einnahmen, VIP, Superset und Werbung. Und was ich dabei ausgerechnet habe, der eine oder andere kann natürlich auch mitrechnen, aber was ich da ausgerechnet habe, seht ihr jetzt eingeblendet. Es sind 6.076 und 69 Cent. Also ihr merkt selber, das ist einfach abnormal crazy. Also Freunde, das ist wirklich abnormal krank. Einfach nur krank. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ihr habt auch gesehen, was ich jeden Monat mit YouTube verdiene. Also ihr konntet es auf jeden Fall sehen. Und alles, was noch über Tipi-Stream reingekommen ist, das ist einfach alles wirklich abnormal krank, was jeden Monat hier zustande kommt. Aber was ich natürlich noch sagen kann, Freunde, dazu kommt natürlich noch mehr. Ja, Freunde, dazu kommt noch mehr und zwar mein Merch-Shop. Dadurch verdiene ich natürlich auch mein Geld, wenn ihr euch über meinen Link in der Videobeschreibung etwas kauft oder ob es jetzt bei Eneber ist oder ob es jetzt Mieweber ist oder ob es jetzt bei Rook Energy ist. Denn das sind ja meine Partner und wenn ihr auch da drüber einkauft, kriege ich eine kleine Provision. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, der liebe Silver hat nicht nur 2.000 Euro gespendet oder sehr viel über Superset gespendet. Sondern er hat mir sogar eine Elgato zukommen lassen, eine Elgato HD60S Plus. Wie er sagte, hat die damals über 200 oder knapp 300 Euro gekostet. Das darf man natürlich alles überhaupt nicht vergessen oder auch die anonymen Paypal-Spenden. All das darf man nicht vergessen, Freunde. Also im Ganzen und Groben würde ich sagen, ich habe über 6.500 Euro durch YouTube verdient. Aber gut, meine lieben Freunde, ich denke mal, das war es dann jetzt soweit mit diesem Video. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Jetzt wisst ihr, was man alles so durch YouTube erreichen kann. Ich sage mal, das ist vielleicht auch eine kleine Motivation für euch. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt auch mit YouTube anfangen sollt, ganz schnell auf die 1.000 Abonnenten zu kommen und damit dann im Hinterkopf zu behalten oder so. Ja, Mann, jetzt verdiene ich auch so viel Geld oder werde genauso reich wie andere große YouTuber. Das natürlich nicht, Freunde. Aber ich bedanke mich dann fürs Zören, fürs Zuschauen, Freunde. Habt dann auch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao. Ciao.